Wie können eigentlich Daten auf einen Server geladen und von einem Server heruntergeladen werden? Auf diese Frage gibt FTP eine Antwort. Die Abkürzung FTP steht für File Transfer Protocol. Es handelt sich um ein Netzwerkprotokoll, das für die Übertragung von Dateien zwischen einem Client und einem Server verwendet wird. FTP wurde erstmals 1971 in RFC 114 spezifiziert und hat seitdem zahlreiche Aktualisierungen und Erweiterungen erfahren. Seit 1985 findet man FTP in RFC 959. FTP ist ein Protokoll auf der Anwendungsschicht, also Schicht 7 des ISO-OSI-Schichtmodells. Wenn du nicht weißt, was dieses Modell ist, dann schau dir gerne mein Video dazu an. FTP läuft standardmäßig auf Port 21. Wie läuft die Übertragung von Dateien und Verzeichnissen mit FTP aber genau ab? Zuerst einmal ist wichtig, dass bei FTP zwischen zwei verschiedenen Kanälen unterschieden wird, nämlich dem Steuerungskanal und dem Datenkanal. Der Steuerungskanal befindet sich standardmäßig auf Port 21, der Datenkanal hingegen auf Port 20. Eine FTP-Sitzung wird damit begonnen, dass der Client eine TCP-Verbindung zu Port 21 aufbaut. Das ist dann der Steuerungskanal. Dieser Kanal bleibt während der gesamten Sitzung für die Übertragung von Befehlen und Antworten zwischen dem Client und dem Server offen. Nachdem diese Verbindung erfolgreich über den 3-Way-Handshake von TCP etabliert wurde, erfolgt die Authentifizierung. Falls du wissen möchtest, wie der 3-Way-Handshake funktioniert, dann gerne nochmal unten in der Videobeschreibung schauen. Ich habe nämlich schon ein Video dazu gedreht. Für die Authentifizierung fordert der Server zuerst den Benutzernamen an. Der Benutzer gibt seinen Benutzernamen ein, der dann an den Server gesendet wird. Anschließend fordert der Server das Passwort zu dem jeweiligen Benutzer an. Der Benutzer gibt sein Passwort ein, das dann ebenfalls an den Server gesendet wird. Der Server überprüft nun die übermittelten Anmeldeinformationen. Wenn Benutzername und Passwort mit den auf dem Server hinterlegten Informationen übereinstimmen, wird der Zugriff gewährt, andernfalls wird der Zugriff verweigert. Die Authentifizierung ist aber nicht immer erforderlich. Auf manchen FTP-Servern kann man sich auch anonym bewegen, das heißt man muss keine gültige Kombination aus Benutzername und Passwort eingeben und kann trotzdem auf den FTP-Server zugreifen. Die Kommunikation erfolgt auf Basis textbasierter Befehle, die zum FTP-Server gesendet werden. Dieser antwortet dann auf jeden Befehl mit einem Status-Code. Häufig wird zusätzlich dazu noch ein Beschreibungstext mitgeschickt, der den Status-Code etwas näher erklärt. Für die eigentliche Übertragung von Dateien öffnet der Server einen separaten Kanal, nämlich den bereits angesprochenen Datenkanal. Im traditionellen oder auch aktiven FTP-Modus verwendet der Server Port 20, um eine Verbindung zum FTP-Client herzustellen und die Daten zu übertragen. Pro Übertragungsvorgang wird übrigens jeweils eine separate TCP-Verbindung verwendet. Da TCP-Verbindungen zum Übertragen der Daten verwendet werden, handelt es sich auch bei FTP um ein verbindungsorientiertes Protokoll. Mit FTP können also Dateien auf einen Server geuploadet und von einem Server gedownloadet werden. Zudem können die Dateien und Verzeichnisse auf dem Server verwaltet werden. Angenommen, jemand möchte Dateien, die lokal auf seinem Rechner gespeichert sind, anderen zugänglich machen. Dann kann er sie auf einen FTP-Server hochladen. Sobald die Dateien erfolgreich hochgeladen wurden, können andere Benutzer, die die Rolle der Clients einnehmen, diese Dateien herunterladen. Man muss sich als Bereitsteller der Dateien jedoch kein Dedicated-Server anmieten, sondern kann seinen eigenen Rechner als FTP-Server konfigurieren und somit selbst zum Server werden. Unter Windows kann man dafür beispielsweise den IIS-Manager verwenden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit denen man Dateien via FTP transferieren kann. Du kannst beispielsweise deinen Webbrowser oder einen FTP-Client verwenden. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie man sich Dateien über den Webbrowser per FTP von einem Server herunterladen kann. Angenommen, auf dem Server example.com wurden Bilddateien abgelegt, die du dir herunterladen möchtest. Um nun über den Webbrowser auf diese Dateien zuzugreifen, surfst du statt HTTPS example.com die Seite ftp.example.com an. Das heißt, die URL, die du in den Browser eingibst, lautet ftp.example.com. Du verwendest also nicht HTTP, sondern FTP. Dort kannst du dich wie auf einer normalen Webseite fortbewegen, in verschiedene Verzeichnisse wechseln und die gewünschten Dateien herunterladen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Server vom Besitzer auch als FTP-Server eingerichtet wurde, also dass der Dienst dort überhaupt angeboten wird. Eine weitere Möglichkeit, um auf einen FTP-Server zuzugreifen, besteht in der Nutzung eines FTP-Clients. Damit ist nicht der Benutzer selbst, sondern ein Programm gemeint, das die Kommunikation mit dem FTP-Server übernimmt. Es gibt eine Vielzahl von FTP-Client-Programmen. Unter Windows kann man beispielsweise FileZilla verwenden, das ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Um dich mit einem FTP-Server zu verbinden, musst du im Feld Server, den gewünschten FTP-Server, im Feld Benutzername, den FTP-Benutzernamen, im Feld Passwort, das zum FTP-Benutzer gehörende Passwort und bei Port, den Port 21 oder 22 eintragen. Moment, Port 22? Ja, Port 22. Dahinter verbirgt sich das Secure File Transfer Protocol, kurz SFTP. Hier behandelt es sich um eine auf SSH aufsetzende Alternative zum unsicheren FTP-Protokoll. Zum SSH-Protokoll habe ich bereits ein Video gedreht, findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Du musst wissen, dass FTP an sich nicht sicher ist, da die Übertragung der Dateien unverschlüsselt erfolgt. Alle Daten werden im Klartext übertragen. FTP sollte also nur dann genutzt werden, wenn es wirklich erforderlich ist. Die übertragenen Informationen theoretisch von jedem gesehen werden dürfen oder man eine Quick-and-Dirty-Lösung benötigt, zum Beispiel im Lokalen oder Allgemeinen in einem vertrauenswürdigen Netzwerk. In allen anderen Fällen ist die Verwendung von SFTP vorzuziehen, da die Daten hier verschlüsselt übertragen werden. Die Verschlüsselung erfolgt über SSH. Auch bei SFTP handelt es sich um ein verbindungsorientiertes Protokoll. Gibt es auch eine verbindungslose FTP-Variante, die UDP als Transportprotokoll verwendet? Ja, die gibt es, nämlich in Form des Trivial File Transfer Protocols, kurz TFTP. Es handelt sich, wie der Name es bereits vermuten lässt, um ein sehr einfaches Protokoll zum Übertragen von Dateien. Es wird jedoch nicht wie FTP und SFTP dazu verwendet, um Dateien über das Internet zu übertragen, sondern wird vorrangig im Übertragen von Dateien innerhalb eines Local Area Networks, kurz LAN, verwendet. Man nutzt TFTP beispielsweise dazu, um Konfigurationsdateien an Firewalls oder Router zu übertragen. Damit wirst du aber sehr wahrscheinlich nie in Berührung kommen. Okay, das waren jetzt ganz schön viele Informationen zu FTP, dem File Transfer Protocol, SFTP, dem Secure File Transfer Protocol und TFTP, dem Trivial File Transfer Protocol. Auch wenn diese Protokolle zum Teil schon veraltet sind oder nicht mehr dem aktuellen Stand der Sicherheitsforschung entsprechen, ich spreche jetzt hier direkt mal FTP als Beispiel an, solltest du sie als Pentester, wenn du dich für diesen Bereich der Informatik interessierst, durchaus auf dem Schirm haben, denn Netzwerktechnikgrundlagen sind sehr, sehr wichtig, um später erfolgreich im Pentesting bzw. IT-Security-Consulting Fuß fassen zu können. Solltest du deshalb Fragen zu FTP, SFTP, TFTP oder sonstigen haben, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.